Hallo, hallo, hallo. Was geht? Willkommen. So, heute haben wir ja bitte was geplant. Und zwar will ich den Krams hier automatisieren. Dafür müssen wir ja noch ein paar Ressourcen farmen und zwar einen Haufen eigentlich an Kabeln. Ich weiß nur nicht, wie einfach die her... Die wären vielleicht einfacher herzustellen. Oh, wir brauchen mal Stahl und Redstone. Oh, ich habe ein bisschen Redstone. Okay, 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 okay. 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 So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Ach genau ich weiß noch was ich machen wollte. Ich wollte mal gucken, ob wir Botany hier drinnen haben. Botany... 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 Nehmen wir einfach mal Oak. Barrel Compost, ok das kennen wir ja. Ok das gibt es ja. Ok, schade. Geben wir noch ein Pen. Bevor hier irgendwelche Viecher spawnen. So Safety First mäßig. Ist das ja kein Seed Bricks. Wenn ich irgendwo kalt ziehe. Ja. Ah, Riesen Workbench. Ok, Stone Cutter. Was ist denn... Hatte ich nicht noch irgendwo noch einen Stone? Ah. Also ein... Mach vor. Ach. 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 Das war's. Können wir das einfach in den Barrel reinschmeißen? Können wir das in den Barrels schmeißen? Können wir das in den Barrels nehmen? 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 Okay. Das war's. Okay, also was brauchen wir denn für den Pipes-Mod? Okay. Okay. Weh noch Iron. Gunpowder. Okay, dann nehmt Iron. Okay, wir haben ein bisschen Iron. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Chests. 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 Oh. Oh. Okay. 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 das funktioniert Okay, an iron upgrade Gold 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 upgrade Oh. Alles. Und somit kriegen wir dann. Okay, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, Oh. So, was passiert eigentlich? Will ich das jetzt hier durchjagen? Was? Okay. Stone bubbles. Potatoes? Nice. So, was kann ich hiermit eigentlich anfangen? Basalt. Bee flowering. Okay. Alloys melting. Was kann ich hiermit anfangen? Was? Oh. Okay, kann ich hier machen. Oh, ich kann es nicht sieben. Oh. 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 So, next. Next, next, next. Next, next, next. Next, next. Next, next. 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 It feels so good. Okay, ähm, was machen wir denn da, dann, geschickteste? Ich glaube. Ich glaube. Sollte Kupfer Das war's für heute. wie sieht das jetzt aus oh oh gott oh 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 okay also das denk funktioniert super ist nur die frage ob das auch funktioniert mit den chance aber das upgrade das hat sich jetzt schon gelohnt wird wenigstens das inventar nicht mehr zu gemüllt Ah. 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 Okay, oh Gott, kann ich das irgendwie entnähern? Okay, wahrscheinlich nicht. So, options, controls, keybinds, clattery, dank. Oh, E. Oh, und E. Oh, okay. Aber... Okay. Dann machen wir hier eben... So, was bekommen wir denn? Sand. Sandstone. Smooth Sandstone. Dann bin ich nur da, normaler Sand. Was bekommen wir raus? Alt. Random Armored Schirm. Okay. Du hast... Ich weiß nicht. Oh, okay. Witchwater plus soul set. Okay. Endstone. Soul set. Nice. Clay. Okay. Barrel. Obsidan. Azerag. Stone. Blackstone. Oh. 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 Hi. Na, wie weit hast du gestern gespielt? Hast du überhaupt gespielt? I need to go. I need to go. Let's go. Let's go. Buh. Oh. Das hat er sich so angehört als ob du damit gestern auch starten wolltest. Oh. Ne. Sorry. Verwechselt. Es gibt noch jemanden der als Zocker zockt. Sorry. Ja. Wir spielen all the mods to the sky. Und ich stelle hier gerade Sand her. Also ich kann sagen es macht sehr sehr viel Spaß. Also der Anfang zumindest ist so und da muss man mal gucken. Weil es ist ja doch all the mods 9 aber halt so sky. Aber bis jetzt ist das halt wie die old school äh sky maps mit ex nihilo und dem ganzen Kram dabei. Es macht sehr sehr viel Spaß. Oh. 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 Ähm. Es geht. Also. Ich würde eher nein sagen. Das einzige was ich empfehlen würde ist einen Autoklicker zu holen. Ähm. Ähm. Weil am Anfang musst du zum Beispiel mit deiner rechten Hand und shift auf den Boden klicken und du kriegst dann einen einzelnen Stein da raus. Und. Da machst du dir die Maus irgendwann mit kaputt. Da kann man dann eher mit einem Autoklicker arbeiten. Und das gleiche zählt natürlich auch hier für die Siebe. Obwohl da musst du nur rechte Maustaste gedrückt halten. Aber ähm. Ja. Ich kann es halt eher empfehlen dann mit einem Autoklicker zu arbeiten. Und den dann auf die rechte Maustaste zum Beispiel dann zu legen. Äh. Beziehungsweise den Autoklicker einzustellen, dass der die rechte Maustaste bedient. Aber sonst ist das ganz normal ATM mit ein paar extra Mods. Ein paar Mods sind weg. Aber das Questbook ist halt genau drauf ausgelegt, dass die hier halt anfangen und dir alles erklären, womit du starten kannst. Und wie du was machst und wie du was bekommst und 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 und. Bitteschön. 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 Ja. Sagen. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ja, jetzt wird's spannend, ähm, Moment, oh, Gott, Speed, Auto, Clicker, Moment, ja, den, den hier hab ich, dieser nervige Regen, und ich hab den bei mir auf 100 gestellt, 100 Klicks pro Sekunde. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig und passt so einigermaßen rein. Aber der, im Questbook gibt's irgendwo auch ne Quest, wo drinne steht, äh, dass es doch Sinn macht, sich nen Auto-Clicker zu holen. Aber man könnte das hier zum Beispiel auch noch erhöhen, ah, ne, ich hab auf 50. So. Und wenn man jetzt auf 100, das wär jetzt 100, man kann das natürlich auch noch höher klicken, aber das geht auf die Performance vom Spiel, weil er jeden einzelnen Rechtsklick verarbeitet und dann, ja, ein bisschen am Durchdrehen ist. So. 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 Und ich habe mir den auf eine Maustaste gelegt, das heißt ich kann jetzt einfach mit dem Daumen gedrückt halten und also so und der macht das automatisch. Oh, ich glaube mein Inventar ist voll. Oh ne, der Denk ist voll. Das ist problematisch. Oh. 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 normale also mods 9 geschichte auch mit den letzten quests die dabei sind ich brauche ein paar steine deswegen haue ich jetzt gerade den Brot ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe mein Denk geupgradet Das habe ich getan Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und es gibt auch noch andere, die du auswählen könntest, wenn du willst und es gibt auch noch andere, die du auswählen könntest, wenn du auswählen könntest, wenn du auswählen könntest crash년. Oh. Wie kann man denn Deep Slate automatisieren? Ah, hatte ich auch gerade gesehen. Habe ich da Lust zu? Wahrscheinlich schon. Oh Gott. Kann man bei dem eigentlich noch die Geschwindigkeit erhöhen? Oh Gott. Ich weiß nicht wie schnell der ist und deswegen fragte ich. Wenn er natürlich komplett geisteskrank ist, dann ist hier nochmal eine andere Geschichte. Und dann habe ich die Geschichte. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube ich weiß sogar wo dran lassen könnte. Ah, irgendwas war doch hier. Okay, ja. Ich habe zwei. Ich glaube die habe ich auch aus einer Questbelohnung bekommen. Aber... Ja... So, das sind die Brito's. Das sieht doch ganz gut aus. Kann ich das... Ah, und ich habe hier eine Sandfarm gebaut. So. Äh, ich meine Dirtfarm. Aber gibt es Inferium nicht als Loot irgendwie? Ich habe hier eine Sandfarm. Ich habe hier eine Sandfarm. Und ich habe hier eine Sandfarm. Ich habe hier eine Sandfarm. Ach, ich wollte den Kumpfegen da eben... Nice. Eins, zwei, drei. Da gab es nicht noch einen Fortering. Ist die drin? Ja, wahrscheinlich. Oh, ist auch nicht drin. Okay. 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 Mann, was kann denn? Was machst du mit dem? Ah, okay, cool There is a virus that can turn out something from one to another, just place it on top left slot and add some components dust Okay Was, okay, cool Alright, just place it on top left I could use the other side or two again I could use the other side for a manual to assemble the skeletons I could use the other hand side If I get caught up with the internal items, I could use the other hand side Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, guck mal hier eine Erklärung. Ah. Oh. 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 Äh, Sugar? Oh, guck mal hier. Okay, wir brauchen wieder Flint. Okay, also unterschiedliche Netzstufen bieten unterschiedliche Sachen an, was ein bisschen Hardcore ist. Okay, so we're going to do that. Okay. Zitzen 3 4 5 5 6 5 6 7 8 Nice, bigger Reaktors. Okay. Ok, dann So, das werde ich lieber tagsüber bauen. Wir brauchen Bäume dafür. Jo, willkommen zurück. Ich baue jetzt eine Mobfarm. Erstmal eine kleine, grundlegende Testfarm, ob das auch so alles funktioniert. Gut. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. So, eins, zwei, drei. 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 So, eins. Untertitelung. BR 2018 Hatte ich nicht irgendwo, oh ich habe alles in Boote, in Boote, ich habe alles in Ordnung, 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 ich habe alles in Ordnung Das war's für heute. 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 So... Oh... Hmm... Okay... 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 Oh... Oh... Okay... So... So... Okay... So... Okay... 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 Oh. So. Oh, ja, das muss ich auch noch mal prüfen. Und zwar, eigentlich ist FTP Shanks ja hier drauf. Ich glaube aber, lass mich das mal eben nachprüfen. Gut, dass du es sagst. Du musst in die Config reingehen von FTP Shanks. Ah, wo haben wir es denn? Oder war das Claims and Party? Okay. 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 Hey. Irgendwo war das doch hier Claims... War das Claims and Party? Hey. Das war doch... Das hier ist doch... FTP Shanks. Ähm, ich konnte es noch nicht ausprobieren. Ich habe aber den Eindruck, dass das funktioniert. Äh, ja. Aber... Es sieht danach aus, als ob das hier in Ordnung wäre. Kann man ja mal eben ausprobieren. Also, wir sind bei... Irgendwas bei 42. Und wie viel Eisen hast du denn schon verbraten? Wo soweit ich weiß, was man bei den normalen das von... Ja, genau. Das hatte ich nämlich auch im Kopf. Aber ich glaube, das war zum Zeitpunkt, weil da... mit dem Claims Mod gearbeitet worden ist. Also dieses Claims and Party. Da musstest du, glaube ich, auch... Äh... Single... Äh... Ne... Offline-Chunk-Loading aktivieren. Wenn du... Allein... Wenn sonst keiner auf dem Server ist. Irgendwie sowas. Ja, oder das ist halt... Ähm... So gewollt. Würde ich schon fast sagen. Also... Ne Minute raus und er arbeitet weiter. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass es funktioniert. Sind das zu viele? Kann das sein? Dass man hier keine freie Spawnfläche hat? Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Of... Haha. Ja. Ja. Soll ich das nicht. Das war's für heute. Oh, das ist natürlich die andere Sache, das muss natürlich auch laufen, ne? Oh, und je nach Servertyp, solltest du vielleicht nochmal prüfen, ob du diesen Sleep-Modus angeschaltet hast, wenn keiner da ist, dass der Server dann ins Sleep geht, weil dann bringt dir auch FTP-Chance nix, ne? Oh, das ist der Ende. Oh, das ist der Ende. Oh, das ist der Ende. Das war's für heute. Ich habe auch einen Linux-Server, aber zum Beispiel, warte ich guck da mal eben rein. Sleep-Mode und dann, das ist eine Standard-Einstellung, ich glaube, zumindest bei Amp, da würde ich mal reingucken, ob das auch bei deiner Server-Umgebung ist. Ne, das ist bei mir zu Hause, ich habe nur eine Server-Hoster-Plattform auf dem privaten Server laufen, damit man einfacher durch Server durchklicken kann, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte, für jeden irgendwas Einzelnes anzulegen, also habe ich eine Oberfläche gekauft, die das für mich erledigt. Also das ist ein Ubuntu LTS, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ah, ja, ja und dann habe ich da einfach Cube-Coders draufgepackt, weil der halt auch nicht nur Minecraft-Server macht, sondern alles mögliche, was du auch bei Steam kriegst und so weiter. Und dann, genau das ist ein Ubuntu LTS. Und dann, geht es um euer persönliche Angelegenheit. Also, es hat keine Wurz Begriff, aber ich glaube, es hat auch dis noch alles mögliche. Also, es hat auch keine Wurzene Körpers zurück, ich glaube, es ist ein Einzelnen Das war's. Ja, okay. Ja, ähm, ich hab mir den Linux geholt, weil der halt am performanten läuft. Und aktuell hab ich auch noch nichts gehabt, wo ich sagen muss, ähm, dass das irgendwie Probleme macht. Ach, hier. Ach, verdammt. Oh. So kann ich... Ja, ich kann schlafen. Ach, 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 ach. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Eigentlich in Claims and Party, das war zumindest in ATM 9 so. Oh. Oh. One Moment, Config, ich glaube das war, war das nicht, oh, Claims oder? Haben die das rausgenommen? Es kann sein, dass sie das, äh, ja. Dass sie das rausgenommen haben. Oh. 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 Also, ich bin der Meinung, dass es geht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich, warte mal. Ich habe ja Admin-Rechte. FTP-Chance. Admin. Machen wir das eben noch? Aber, danke für die Follow. Das freut mich. Dankeschön. Ich bin mir aber gerade echt unsicher. Ja, bis gleich. 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 Bis gleich. Ja, 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 bis gleich. So, ich will Missylinium herstellen. Wie? Witchwater mit Sand und mit Lava ergibt dann Nazarek und Blackstone. Verbreitet sich das? Verbreitet sich das? Verbreitet sich das? Verbreitet sich das? Okay. Also ich denke dass oder ich werde heute bis 18 Uhr online sein Willkommen zurück. Okay, super. Das freut mich Ups Oh Dann bis später. Dann bis später. Dann bis später. Dann bis später. echt okay bei uns oder bei mir scheint hier hart die sonne ja 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 ok oh ok hahaha das ist richtig Richtig schön Hardcore. Da würde ich ja glatt sagen, hätte ich ja keine Lust drauf, ne? Pfff! Okay. das ist kacke ich kann mich hier anfang des jahres erinnern da stand bei uns hätt es noch 50 cm gebraucht Entfernung dann wäre das bei mir auf der Terrasse gewesen und Überschwemmungen sind immer hart so 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 Ja, ich drück die Daumen, dass es klappt. Bei Regen spawnen keine. Ich drück die Daumen nach. Ja dann kommt die Euler. Die Euler wird glaube ich als letzter Punkt von Forge dann umgesetzt. Bounty Board. Oh nice. Chris Fuel Efficiency. Oh cool. Oh cool. Oh cool. Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Vielen Dank. Das war's für heute. Ja, das ist aber ja völlig normal. Aber ich saß da gestern auch und dachte mir so, warum startet der Server nicht. Ich habe einfach alles eingerichtet, drüber kopiert, Start gedrückt und... Und dann habe ich Minecraft angestarrt und gewartet. Das war's für mich. Ja, ich auch. Und dann sitzt du da und denkst dir so, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Vor allem das Schlimme da dran ist, bei einem Server, der startet dann alle 20 Sekunden neu. Und dann sitzt du da, warum startet denn der Server andauernd neu? Okay. 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 So, jetzt brauchen wir eine Sink. Oh, da bin ich auch raus. Ich mache mittlerweile nur noch Modpacks, aber ich bin der Meinung, wenn du auf Cursed Forge gehst und dir einfach nur Kategorie irgendwelche Mods raussuchst. Na, dann gibt es hier immer den Punkt Relations und da steht dann, was du noch dafür brauchst für den Mod. Und ich glaube, das ist auch bei den FTP Sachen. FTP. So, hier siehst du dann die Relation und so weiter. Oh, okay. Ja, hatte Zuschauer gestern auch erwähnt. Da würde ich empfehlen, Zuschauer nochmal zu fragen. Oh, okay. Okay. Und dann schau mal. Okay. okay ja super also ich war dann nicht so drin aber muss ich mir mal angucken also ich habe das hier zum beispiel weil ich ja im local network bin brauche ich gar nicht mehr suchen sondern das taucht einfach auf was ganz nett ist nee ich glaube den musst du herunterfahren für sowas weil das java argumente sind die womit java im hintergrund gestartet wird das heißt du brauchst diese einstellung also der muss neu starten weil dein java für den server ja schon läuft left the game lost connection disconnect moment das mag ich zwischendurch nicht ich glaube bei den mods ist das unter user jvm args hier java args hier bei mir auf dem server kann ich das über den server selbst einstellen also ich habe jetzt hier einfach 24 gigabyte eingestellt also es könnten jetzt zwei sachen sein bei diesem nervigen problem immer okay das ist das was ich gedacht habe wenn man zu lange spielt verliert er irgendwie die einst die die authentifizierung von oh ja hat das ein falsches spiel ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice Oh Gott Das dauert dann ja ewig Das dauert dann ja 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 Ah, das finde ich super Oh Also ich würde zum Beispiel nicht auf Anarchie spielen, weil ich glaube, ich da absolut keine Chance hätte Oh Oh... Oh, ähm, äh, bei, hier gibt es einen Notfall, äh, Emergency Sattling. Ah, 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 ah. jetzt zum glück nicht jetzt zum glück nicht Was ist das? aber hier können wir jetzt mal testen ich würde nämlich mal eben eine kurze Pause machen und dann würde ich in dem Fall direkt Shunks testen also die Force Load Shunks und ja also gebt mir irgendwie 5 bis 10 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder also bis gleich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Schwer zu sagen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl in 15 Minuten sollten eindeutig mehr Sachen bei rumkommen. Schwer zu sagen. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. Alter, dass man das nicht Was ist, dass man das nicht Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Okay. Ah, schade. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich find hier nix. Das war's für heute. Ich guck grad mal, ob man hier irgendwas im Internet findet. Ob's da irgendwas buggy ist. Das war's für heute. Hey. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das ist jetzt durchgelaufen. Das ist jetzt durchgelaufen. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. So, dann bauen wir gleich mal den Bilder. Okay. So, 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 verdammt, so, 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 Äh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, I... Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Ach, ich brauche immer. 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 So, wie funktioniert der? Ach, ich brauche immer. Ach, ich brauche immer. Ach, ich brauche immer. Äh, wie funktioniert der denn? Oh. Ist das? Ach, ich brauche immer. So. So. Ach, ich brauche immer. 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 Ah. Oh. Soulstone, Basalt, Cobblestone, Stone? Deep Slate, Packed Ice. So, let's put it in. So, let's put it in. Ja ich wollte jetzt gerade mal gucken wie man Eis herstellt. Hast du schon Eis herstellen können? Okay. Das war's für heute. Ah, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. 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 Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet, aber ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet, aber ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Oh Gott, oh Gott, das wird ja richtig anstrengend. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet, aber ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Ich hoffe, dass sie einfach so spawnen. Also über Bonemail auf die Erde, dass da was von Botania wächst. Okay. Okay. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Ich habe noch nie mit Botania gearbeitet. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, alter Schwede. Das war's für heute. 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 Ah, okay. Ah, super. Ah, okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ah, 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 okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, hier. Über den Summoning-Altar. Und dann kannst du All-Berries bekommen. 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 Okay. Aber vielleicht nicht die beste Sache. Die beste Idee, das so zu machen. Und dann kannst du All-Berries-Berries-Berries-Berries-Berries. Und dann kannst du All-Berries-Berries-Berries-Berries-Berries-Berries-Berries-Berries. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, wait a moment. Ich wollte das gerade hier reinbringen. So, du positionierst den Altar. Und dann fügst du mit Rechtsklick einfach die Zutaten hinzu. Und für den Copperbusch sind das die vier hier. Und in der Mitte ist der, äh, ich nenne ihn mal Katalysator. Also das, was hier ist. Und dann einfach ein Rechtsklick. Ja. 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 Also einfach ist das auf jeden Fall. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich habe noch eine andere Idee. 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 Schade. So. Ich gehe mal stark davon aus, weil die wachsen gar nicht so gut. So, ich habe noch eine andere Idee. 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 Missed. 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 Okay, ja das heißt, man könnte Ja, hier ist Schatten Unter der Insel, sowas zum Beispiel bauen Ja, hier ist Schatten 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 So So Okay, schade So 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 Ja, habe ich hier hinten schon angeschlossen, aber nice. Ja, habe ich hier. Okay. Das war's für heute. War das Pact-Eyes? War das Pact-Eyes? War das Pact-Eyes? War das Pact-Eyes? Das war's. Oh. Oh. So. Oh. 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 Fuck in. Das war's. Oh. Auf jeden, da wird es auf jeden Fall Zeit für. Also ich habe geplant, hier eine Insel hinzusetzen und dort dann die ganzen Sachen unterzubringen. Glaube ich. Und ich hoffe, dass das mit dem Forced Shunk Loading läuft. Okay. Ja, also ich hoffe, dass das Forced Loading funktioniert, weil ich werde jetzt Feierabend machen. Ich werde gleich zu einem Geburtstag dollern. Und ja, ich denke mal, dass ich heute Abend dann nicht mehr online kommen werde. Aber dann morgen habe ich nichts auf dem Schirm, also werde ich relativ früh starten und dann werde ich mich dir anschließen. Und ich denke mal hier rechts nach Westen hin eine Kraftwerksinsel bauen. Ja, genau. Danke wünsche ich dir auch und dann fangen wir an mit dem Automatisieren des Siebes. Und der Hammer und und und. Also ja, dann schönen Abend hier. Nachher eine gute Nacht und viel Spaß noch beim Zocken. Und ja, dann bis spätestens morgen. Danke fürs dabei sein. Und dann. Tschüriö und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020